Wissenschaft muss eine verantwortliche Position in allen Dingen, die sie tut, einnehmen. Das ist ganz wichtig. Keine falschen Worte, keine falschen Versprechungen. Verantwortung bedeutet auch in bestimmten Bereichen, in der Medizin beispielsweise, in Umweltwissenschaften, auch voranzugehen und die Gesellschaft mitzunehmen. Und wenn das geschieht, dann kann Wissenschaft noch mehr leisten, als es jetzt tut. Wissenschaft muss auskömmlich finanziert werden. Das ist wichtig. Da haben wir in Deutschland eine sehr gute Zeit hinter uns und ich hoffe auch vor uns. Wissenschaft braucht aber auch Rahmenbedingungen, gesetzliche Bedingungen. Und das hat wieder etwas zu tun mit Vertrauen, mit dem Aufeinanderzugehen von Wissenschaft und Gesellschaft. Die Menschen machen sich Sorgen um das Klima. Die Menschen machen sich Sorgen um Entwicklungen in der Biopolitik, im Gesundheitswesen. Hier kann die Wissenschaft beitragen und muss die Wissenschaft beitragen. Und wenn das wahrgenommen wird, dann ist es gut für die Wissenschaft, aber auch gut für die Gesellschaft insgesamt. Auch das braucht man. Selbstmacht. Bund haben wir Gente, ich hoffe wirklich auf jeden Fall ist. Mehr Informationen, will Jesus sein. Das gibt es zu mir! nous